Hallo Freunde von Stoff4U, euer Zwirn mal wieder mit den glücklichen Gewinnern des Stoffe-Blogs. Ein 25 Euro Gutschein geht an die praktischen Osterkörbchen. Aus verschiedenen Dekostoffen mit Frühlingsmotiven sind echte Hingucker entstanden, die nicht nur an den Osterfeiertagen toll aussehen. Der 50 Euro Gutschein geht an Olga, die aus unserem Tanzkleiderstoff einen stretchigen Rock geschaffen hat, der nicht nur super bequem ist, sondern auch super aussieht. Und ein 100 Euro Stoff4U Gutschein geht an Brigitte, die aus einem herrlich frühlingshaften Dekostoff blumige Querbehänge für ihre Essecke geschaffen hat. Das sorgt garantiert für gute Laune zur Essenszeit. Und jetzt seid ihr dran, schickt uns Bilder eurer Kreationen aus unseren Stoffen. Jeder veröffentlichte Beitrag wird belohnt und ihr erhaltet ebenfalls die Chance auf einen der drei Monatsgewinne. Bis zum nächsten Mal, euer Zwirni.